Hey Leute, bergert euch ok? Und herzlich willkommen zu Social Snipings erste Ausgabe von Top 5 Clips of the Week. Mein Name lautet SocialEsto und ich werde euch heute ein bisschen durch diese Top 5 Clips begleiten. Heute haben wir nur Clips von Social Sniping und da geht es auch gleich los mit Platz Nummer 5. Platz 5 haben wir Social Venue und da war der Clip schon vorbei. Auf jeden Fall ein 720 Warbang auf Meltdown. Und ja, der Grund warum das nur Platz 5 ist, weil Meltdown ja schon eine eher speziellere Map ist, ist, dass ja nur das Knife benutzt hat der Junge her, der Herr Veinu. Und ja, jetzt schaut euch mal an wo der Gegner stand, das macht den Trickshot noch richtig besonders. Und zwar, ihr seht der Gegner läuft hier in der Mitte rum und wird gedenkt. Also der Trickshot ist basically across the map. Weiter geht es mit Platz Nummer 4 und da haben wir den Social Rise mit einem Clip auf Studio. Studio der meistgespielten FFA Map würde ich mal sagen mit Carrier. Und ja, bam, da macht er hier einen schönen Wallbang, einen Double Wallbang auf Studio. Studio ist eine Map, da hittet man zwar sehr viele Wallbangs, trotzdem ist das ein sehr, sehr schöner Clip. Der Junge her macht einen Knife Insta Swap zu der QBB, heißt die Waffe glaube ich, macht einen weiteren Insta Swap und bangt den Typen durch die Wand. Nicer Clip, Bryce, weiter geht es mit Platz Nummer 3. Ja, da haben wir einen weiteren Kunstdreher. Der gute alte Social Memo, der holt hier nämlich einen Trickshot der Ultraklasse raus. Bam! Cross the Map. Richtig, richtig heftiger Clip auf Turbine. Ich könnte das nicht, ich könnte zumindest nicht so krank meine Tasten vergewaltigen, dass ich da so viele Sensorgranaten raushaue. Aber ich bin ja auch Sniper, das zur Verteidigung gesagt. Auf jeden Fall kranker Shit in der Luft. Viele Sensorgranaten. Heftiger Clip. Weiter geht es mit unserem Silbergewinner hier. Was heißt eigentlich Silbergewinner? Ihr werdet mich eh gleich in den Kommentaren auseinandernehmen, wie ich die Clips gerankt habe. Zu meiner Verteidigung, wie gesagt, ich bin Sniper. Hier haben wir Social 4. Macht irgendwelchen kranken Shit. Zoomt rein. Ja, 1440 auf AW. Auf einer Map. Ja, keine Ahnung. Solar oder so? Ne, Solar war anders. Solar war auch weiß, ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Er macht hier schönes Zeug. Ich habe wirklich null Plan von AW. Das tut mir leid. Aber auf jeden Fall wunderschöner Trickshot. Wunderschöner AW. Trickshot. Weiter geht es mit Platz 1. Er hat AW gut aussehen lassen. Nichts zu fassen. Intro ab. Intro ab. Was war denn das für ein scheiß Übergang? Auf jeden Fall, wer Platz 1 kommentieren kann, ja? Der muss, dem ist, der ist richtig gut drauf. Oder dem ist nicht mehr zu helfen. Ich weiß es nicht. Er zoomt am Anfang rein. Hat aus irgendeinem Grund drei Select Fires rausgehauen. Und noch ein Fade. Ich probiere das in der Killcam ein bisschen, bisschen besser zu kommentieren. Das tut mir leid. Mal schauen, wie es klappt. Er macht hier ein Reload. Ne, weiß ich nicht. Äh, Double Select Fire. Nochmal Select Fire. Dreimal also mit Schockschatz dazwischen. Infinity Fade. Keine Ahnung, Mann. Junge, macht nicht so krankes Zeug. Ich will hier kommentieren können. Alter. Digga. So Jungs, das war die Episode Top 5 Clips, Episode 1. Und nächste Woche möchten wir Feeds haben. Und zwar auch von euch. Also sendet Feeds ein, wenn ihr welche habt. Ich lasse jetzt erstmal das Intro noch ein bisschen durchlaufen, da ich kein Outro-Bild habe. Schaut auf jeden Fall bei den Links in der Videobeschreibung vorbei. Oder lasst es auch sein. Auf jeden Fall, habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Haut rein. Ciao.